Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Leben mit Gaia. Wir leben gerade in einer Zeit, in der sich die Zeit verdichtet, wenn man so will. Wo es wirklich zu ganz starken, großen Transformationsprozessen kommt und Auslöser zum Teil dieser großen Transformationsprozesse neben den kosmischen Kräften ist Gaia selbst. Und Gaia fordert dich auf, sozusagen mit ihr zu leben. Sie ruft dich geradezu. Und dazu bedient sie sich einer ganzen Reihe von Kräften und Wesenheiten. Und ich möchte dich hier einladen, daran teilzunehmen. Ich möchte in der nächsten Zeit hier sehr, sehr kurze Beiträge bringen, vielleicht auch zum Teil auch als Livestreams, wo ich dir diese Kräfte vorstelle. Aber was viel wichtiger ist, ich möchte dir die Kräfte nicht nur vorstellen, sondern ich möchte dir kurze Übungen mit an die Hand geben, mit denen du diese Kräfte erfahren kannst. Mir geht es darum, dass du den Weg mit Gaia gehst. Und zwar jetzt, heute, morgen, in den nächsten Wochen. Es ist unglaublich wichtig. Die Zeit ist dicht. Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Wandelzeit. Und es wäre wirklich schade, wenn du dir auf dem Sofa verpennen würdest. Und darum möchte ich dir in der nächsten Zeit immer wieder mit kleinen Videobeiträgen unter dem Stichwort Leben mit Gaia vorstellen, wie du, gerade wenn du vielleicht Anfänger bist, wenn du noch nie etwas mit Wahrnehmung zu tun hattest, noch nie etwas zu tun hattest mit Geomantie oder überhaupt die Erde selbst erfahren hast als lebendiges Wesen. Dann möchte ich dir den Weg weisen. Ich möchte dir wenigstens einen kleinen Trampelpfad bahnen, um mit Gaia in Kontakt treten zu können. Also, das Beste ist, abonniere unseren Kanal jetzt sofort. Aktiviere das Glöckchen, damit du immer wieder erinnert wirst, wenn ich ein neues Video online bringe, Leben mit Gaia. Die nächsten und ersten Videos werden sein, wie du mit verschiedenen Naturwesengruppen in Kontakt treten kannst. Also, sei dabei, Leben mit Gaia ist das Motto der nächsten Videos. Und sei dabei, teile dieses Video und alle, die sich dafür interessieren, mögen. Und es würde mich freuen, dich dort zu sehen. Und vielleicht hast du auch Fragen nach bestimmten Übungen oder möchtest Erfahrungen teilen. Dann wäre es super. Du hast einen YouTube-Account und schreibst die Fragen unmittelbar unten unter das Video drunter, was dich an einer jeweiligen Übung besonders angesprochen hat, was dich berührt hat oder wo es vielleicht Probleme gab. Dann kann ich im nächsten Video damit darauf eingehen. Leben mit Gaia. Ich freue mich, wenn du dabei bist.